hallo und ein herzliches willkommen zurück meine lieben freunde hier zu zum weitergeht das abenteuer und wir müssen weiter zombies schnitzeln wir haben was vor wir müssen zum supermarkt aus sieht verstellen versteckt wahrscheinlich zeug muni ist immer gut kann gut gebrauchen und leichtere fraketen aber auch gefunden können wir quasi dummköpfe so wie er gut der herr das gesagt hat verwirren das über wird was angezeigt und dann sind doch nichts da keine kamera kamera fizzierte der ist verbrannt ha opfer also kann man checken ob die was haben karte aktualisiert da liegt noch einer der ist auch ja so was versperrt ok karte aktualisiert tür geöffnet die ferntür geöffnet nach dahinter ok komme ich nur noch gar nicht hin ding ist schon ich kann ja alles gern fast wenn wir noch können nix skimbar kam ja ok weiter geht's irgendwas anderes hier noch karte aktualisiert ja dass da was liegt aber das haben wir ja schon karte aktualisiert mit haar voll aber ich habe ja schon leuchtdinger aber ich schnitzel lieber jetzt habe ich gedacht ja hockt sich jetzt in den einkaufswagen rein da ist nix drin hier durchstöbern den müll und wir finden nichts ok oh gott der war mit dem alarm hat rad schnell rein bevor alle testbäulen im umkreis angelaufen kommen viel schnell rein oh oh du bist waffe lass mich schnell rein so verwirrt kommen aber nicht rein oder ich hoffe die kommen da nicht rein nein versperrt ok kommen sie nicht wo das war ja mies ihre objekt wie lange machen wir das wissen wir merken es geht nicht nicht mehr oder ich habe sie so lange rein bis immer drin sind davon hängt jemand das ist doch uncool infizierter infizierter ist hier einfach nichts natürlich war es klar dass der kommt dann komm her ich haue dir auf die fresse komm her sieht dich so schlecht hätte auch einen Anschluss geben können hä stirb endlich du hast nix ok die da hängt was ist mit der ich weiß es nicht ist einfach nichts das war so klar stirb einfach die lebt noch oder ne oh zeug was ist das nicht mit energie drink hallo ich bin metzger das war sie kadiert mischt such dir einen hammer damit kannst du bretter von den türen schlagen ah oh hammer wenn du schon mal da bist greif zu klau was du kriegen kannst klau was du kriegen kannst dafür müsste hier irgendwas sein hier ist aber nix ist eigentlich drin was 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 ich will auch hier weg pam ok hallo verkauft ihr noch was was zu essen der alarm ist immer noch draußen oh cool scan 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 infizierter infizierter aber stehen halt nicht alle auf irgendwo schreit der doch sei doch nicht so laut na leute da ist versperrt ok ihr lebt oder lebt ihr natürlich lebst du na den stoß was musik du bist tot du kannst nicht mal viel machen soll musik ausmachen musik ausmachen und nicht ausmachen ich bin schon so verwirrt bei lauter zombies stirbt einfach alles umbringen was geht da ist einer ah denkt doch krass wo einer oder zwei tot tja mein freund war wohl nix sonst eigentlich nix zu mitnehmen oder was verarschen das noch was totes muni mit muni sparen wir wenn es echt brenzlig wird wollte ich das nämlich mitnehmen so hier irgendwie was nein 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 wow blühstiere der hammer hä plündern nix plündern nix hallo plündern nix wie lange er braucht beim plündern leere boxen guckt rein guckt rum ist eh nix drin mit hafull was war da bretter oder ja bretter öffnen hallo ach es war hier wer meckert wer meckert wer meckert denn hier ja die bretter ja schön komm mal hier was geht's hier runter wo ist ich muss glaub da runter wenn du den kasten findest fließt das pad an um die kameras zu aktivieren ah hier sieht gar nicht gruselig aus gar nicht gruselig ich treue hier einfach nix ich treue hier einfach nix alle in den ecken lauern daneben daneben wird schon tot schon gewissen schon tot aufheben pistole moni mit hafull geil na inventar voll was was haben wir als inventar medikits getränke bretter ich kann hier nix wegschmeißen was denn das energy drink sprudelwasser sprudelwasser mittlere hilfe skippt bretter 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 energy drink wirf ich das weg und wird gern molotov kommt molotovs mit dem von klassiker sind bekanntlich schwer zu fragen ach da ist der kasten hä ist doch der kasten oder hängt doch gut die cctv kameras sind wieder online immer wenn du einen dieser verteilers ständst werde ich ihn hacken und deine karte aktualisieren schau auf dein pad woos auf was soll ich gucken das ist mein pad auch wahrscheinlich unten zum gucken einfach IP gespeichert ok sag du mir jetzt wo wir hin müssen oder nicht lol wie uncool stirb wo kam der jetzt her voll uncool steht auf einmal hier wahrscheinlich jetzt hier voll nun such den weg zur abkürzung von vorhin und schieb deinen ars in einem stück zurück ins safe house haha geil du machst sachen ok ich muss da lang auf jeden fall kommt hier jemand nein komm mach weg verlassen der dreckschack macht genug lärm um tote aufzubecken stirb los raus da komm 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 und durch raus und abkürzung runter ja tschüss haha schnell abbauen was gibt es so sogar lärmzombies what the fuck alter schnell raus arsch weg also man darf es nicht mit vielen anlegen wie es aussieht ok man hätte noch molotovs und so gehabt aber wirst du wirklich so antun das ist halt schon krass so du bist also zurück vielleicht ist dir im hauptraum eine kiste mit rabensymbol aufgefallen es wird Zeit sie dir zu zeigen ok kiste mit rabensymbol ist hier drin minen wow geil die hier darin kannst du waffen munition und vorräte aufbewahren draußen kannst du nicht alles mit dir rumflappen aber ein gut befülltes lager hält dir alle möglichkeiten offen also immer rein damit bretter bretter molotovs kann man gebrauchen muni kann man auch gebrauchen kuchen zum essen kann man auch immer gebrauchen ein getränk brauchen wir auch das ist der große medikit hier die min würde ich haben minen minen viel hat er ausgehört so die frage im min werde ich nicht alle mitnehmen schwachsinn eigentlich nehme ich mit und nun fache gerade rechtzeitig da rückt eine horde an achte auf das radar r r r r oder das muss ich ja wirklich die zorn ist töten Stirb Stirb Wo kommst du her Wo kommen denn da Die Frage Einschuss reicht nicht Stufenaufstieg Stirb einfach So Tod Eine Horde Und das wird wahrscheinlich öfters passieren Wie es aussieht Und die werden mir Mein letzter Muni klauen Die kommen überall her Stirb doch einfach Stirb 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 jetzt einfach Was Stirb Das wird ihnen eine Lehre sein Nicht dass da noch viel Verstand wäre Aber Sie haben Jagdinstinkte Wie Tiere Und als solche sollte man sie behandeln Nicht als Nachbarn, Freunde oder Verwandte Sie sind tot Und das was ihre Gesichter trägt Ist nicht menschlich Sind noch mehr Da kommen noch mehr Oh Mann Hey Blöde Tussi Stirb Stirb Und Was ist mit dir Stirb einfach Aber es sind schon ein paar durch Du musst sie erledigen Hier sind schon ein paar durch Ne Hä Hier sind schon ein paar durch Ah da kommen sie Die Tür mache ich zu Da kommen sie Na komm Wo kommen die eigentlich alle her Das ist meine Frage Du bleibst da drüben stehen Das ist gut Das ist schön Ja die gehen auch weg Okay Leichen verschwinden auch Ja Das war's Die Luft ist rein Mach ne Pause Du hast sie dir verdient Danke Sehr nett Ich hab fast meine ganze Mundi verschwendet Du Arsch Leg dich hin Ein Nickerchen wird dich wieder auf die Beine bringen Danke Danke Ich werd Ich werd mich Hinlegen Danke Sehr nett von Ihnen Oh Mann hey Okay Okay Also kommen auch ab und zu Vier Wellen rein Und es kann ganz schön Ich hatte ne Idee Ich glaube wir sollten mal ein Auge auf den Buckingham Palace werfen Vielleicht kommst du sogar rein Während die mit den Infizierten beschäftigt sind Ah Okay Aber den König im Bunker Den werden wir im nächsten Part Besuchen Denn der Part ist wieder zu Ende Wir haben wieder ein paar Zombies geschnitzen Und im nächsten Part Geht der Spider Lass einen Daumen Kommentar da Und bis zum nächsten Mal Ciao Ich bin der König im Bunker 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 Ich bin der König im Bunker